hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play specific drive ja das letzte mal sind wir ja hier am anfang von einer neuen umgebung stehen geblieben mit extremen bedingungen wir wollen natürlich eigentlich nur möglichst schnell irgendwie wieder zurück in unsere unsere garage bzw in unsere werkstatt damit wir unser ganzes zeug mal abliefern können problem ist nur dafür bitte laden und heißt wir müssen noch mal wahrscheinlich einen so energiekern finden und da begeben uns jetzt gerade auf den weg dahin das denn hier natürlich noch eine anomalie hier dann nehmen wir da jetzt erstmal nichts mit hier haben wir wahrscheinlich auch nichts weiter dann fahren wir erstmal weiter gesagt wir wollen natürlich eigentlich nur möglichst schnell erstmal wieder zurück damit alles erstmal überhaupt ein bisschen safe ist was wir jetzt gefunden haben und das ist ja auch gerade nicht ganz so wenig aber wir müssen uns jetzt noch mal wieder zurück geht's ooooh 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 eigentlich hinter der brücke dann gleich rechts ne geht nicht ist das safe unter der brücke aber dann fahren wir jetzt einfach zu dem hier nicht so gut Falsche Tür, rein da Müsst wir brauchen noch so ein Ding Es ist jetzt nur noch 4,4 Das komische Ding sind ja nicht auch mal verpissen, wie wir das Wort auf dem Dach haben Wir müssen das selber weg machen, das ist natürlich ok, auch gut zu wissen Oha Das endet nicht gut, das endet nicht gut Das endet nicht gut Ach mal ein, wenn das Auto jetzt nicht mitspielt Ach du Scheiße Das endet nicht gut Nee Was war das so beim Leben? Das wird wahrscheinlich schon wieder ein Ja, ich seh jetzt eh nichts mehr Das wird so auch gewesen sein Das wird so gut sein, wenn wir hier rein fahren Das wird so gut sein, wenn wir hier rein fahren Jetzt würde ich davon ach Wir haben eh schon zu viel Leben verloren Ach man Ach man Die Dinge Die Dinge Die Dinge Ich habe zu calculatet Wie schnell Die 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 Ich habe mich nicht selbst gemacht. Ich habe mich nicht selbst für eine lange Zeit. Aber ich muss nicht sein. Es hat mich und dieser Ort gegründet worden, und nichts anderes für Jahre alt. Aber jetzt, dass was die Masse-Hallucination ist noch da, muss ich wissen, was es ist, und warum die Remnant sind mit ihm verbunden. Franzis war richtig über die Remnant und die Masse-Hallucination-Signale. Wenn wir sie zusammenkommen, vielleicht werden wir uns aus, und wir sind frei. Es ist eine schreckliche Theorie, aber es ist die einzige Leid, die wir jetzt haben. Du kannst nichts machen, und twiddle deine Füße, bis das Remnant macht dich verrückt. Oder, wenn du willst mit mir arbeiten, ich werde dir die beste Chance zu überleben. Denk es durch. Und fixe dein Auto während du es machst. Du musst, für was du wählst, von hier. Du machst du meine Fabrikation Station um diesen Schunker zu machen? Du sollst, während ich noch in der Lage ist. Und da ist der Test Track, hinter der Garage. Wenn du nichts für eine Spinne nehmen musst. Das ist doch schon wieder zum Kotzen, Mensch. Da wäre fast gar nichts mehr. Ich suche den Müllcontainer, ja. Ich suche den Müllcontainer, ja. Brauche ich den Scheinwerfer? Jupp. Mein Gott, sieht das alles schrecklich aus. Oh cool. Elektronische Bauteile bringen uns aber auch aktuell gerade nicht so viel. Das hat auch wieder so ein Ding, wir haben jetzt Arschvieh gesammelt, ne. Und dann kommt einmal sowas, man stirbt und dann ist alles wieder vorbei. Also es ist wieder komplett auf Null. Ach Mensch. Ach Mensch. Du bist bereitst, ich kann nicht glauben, ich habe es vermisst. Tja. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Selbst wenn es hier wieder gerade das schönste Wetter ist. Das tanken diesmal nicht vergessen. Na dann stürzen wir uns nochmal auf. Mal sehen, ob es diesmal irgendwie ein bisschen besser läuft. Wir müssen jetzt auf jeden Fall recht viele Autos noch wieder zerkleinern. Damit wir überhaupt wieder an Metallschrott kommen. Der ist jetzt warum auch immer wieder komplett aufgebraucht. So. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir ein bisschen Zeit haben, ein bisschen was zu sammeln. Wie gesagt, gerade Metallschrott ist uns ja jetzt ausgegangen. Was natürlich auch nicht viel bringt, wenn mal wieder sterben oder wieder irgendwas Unerwartetes kommt. Dann weiß ich es aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr. Das macht mich gerade auch schon wieder ein wenig ratlos, was ich jetzt falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, ob wir falsch gefahren sind oder ob das passieren musste. Ich weiß es ja tatsächlich auch nicht. Ich weiß es ja schon vor lauter Dings die Handbremse anzuziehen. Das ist ja auch interessant, danke für nichts. Das war wirklich beschissenes Wetter, ne? Das probiere ich jetzt erstmal ganz gut. Dann wollen wir uns erstmal wieder ein bisschen Metallschrott zusammensammeln. Ja, schauen wir mal, was das alles noch bringt. Das Spiel scheint auf jeden Fall sehr viel von irgendwelchen Fehlschlägen zu profitieren. Aber das werden wir nicht aufpassen, dass man halt wirklich gnadenlos bestraft wird. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Das haben wir jetzt eigentlich einen großen Benzintankballon. Ne, äh, nicht Benzintank, Benzikanister. Haben wir tatsächlich nicht. Ich guck mal den erstmal auf der 2 so lang, wie wir jetzt nichts war da haben. So, und krönen den erstmal. So, wo wollen wir denn jetzt hängen? Und am sinnvollsten wäre, glaube ich, der Weg hier. Und wir versuchen es zumindest mal mit dem Weg. So, Sachen zu plündern. Einmal Metallschrott von der Vorratsbox. Naja, gut, zu viel ist in der Vorratsbox jetzt auch nicht drin gewesen. Ja, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Neuen Metallschrott. Na, wow. Naja, wir müssen also dennoch am besten wahrscheinlich trotzdem irgendwie, oder wir müssen mal zu dem Haus da fahren, in jedem möglichen Auto anhalten. Die Ressourcen mitnehmen, wenn wir jetzt wirklich sagen, hey, wir nehmen jetzt nicht alles mit. Dann kann uns das ganz schön, ganz schön nach hinten losgehen, wie wir gerade gesehen haben. Oder wie wir es gerade merken, so gesagt. Hm, den Staubsauger brauchen wir erstmal nicht. Ach ja. Tatsächlich so viel Metallschrott kriegen wir auch gerade nicht. Gut, wir haben ja aber auch in der ersten Aufnahme richtig viele Autos zerlegt. Aber das ist das, was uns dann auch zugute kam. Auch wieder zu. Also wir brauchen definitiv was, womit wir die Türen, die rote Türen öffnen können. Machen wir noch was? Das ist ja nicht. Ja, das Reifen können wir noch auseinander nehmen. So. So, wir waren natürlich zurück auf die Straße. So. Ähm. Okay. Worum auch immer. Okay. So. 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 Wir konzentrieren uns erstmal auf Metallschrott. Wir müssen auch schnellstmöglich weiterkommen. Wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Und ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen, auch selbst wenn es zurzeit gerade irgendwie nicht ganz so rund läuft. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Aber bis dahin. Ciao.